Ich bin ein ganz normaler Mensch und lehne es ab zu glauben, dass Jesus von den Toten auch verstanden ist. Ich bin mir absolut sicher, meine eigene Sicht der Religion ist wichtiger als der Glaube, Jesus ist Gottes Sohn. Ich habe meine klaren Prioritäten. Mein Erfolg, mein Geld und mein Ansehen ist viel wichtiger als Familie, Glaube und Gottliegen. Das sage ich dir, Familien hielten zusammen, aber das ist nicht mehr die Realität. Die heutige Generation will sich nicht binden. Normale Menschen sagen, ich bin pleite, geschieden und spirituell leer. Ich glaube nicht, besonders zu sein, um mich von der Masse zu unterscheiden. Ich werde anfangen, auf dem breiten, bequemen und normalen Weg zu gehen. Mir wird klar, dass ich kurzsichtig und egoistisch bin. Es ist albern zu glauben, ich bin andersartig und kann die Welt verändern. Ich bin andersartig und kann die Welt verändern. Es ist albern zu glauben, dass ich kurzsichtig und egoistisch bin. Mir wird klar, auf dem breiten, bequemen und normalen Weg zu gehen. Ich werde anfangen, besonders zu sein und mich von der Masse zu unterscheiden. Ich glaube nicht, ich bin pleite, geschieden und spirituell leer. Normale Menschen sagen, die heutige Generation will sich nicht binden. Aber das ist nicht mehr die Realität. Familien halten zusammen. Das sage ich dir, Familie, Glaube und Gott dienen ist viel wichtiger als mein Erfolg, mein Geld und mein Ansehen. Ich habe meine klaren Prioritäten. Der Glaube, Jesus ist Gottes Sohn, ist wichtiger als meine eigene Sicht der Religion. Ich bin mir absolut sicher, dass Jesus von den Toten auferstanden ist und lehne es ab zu glauben. Ich bin ein ganz normaler Mensch.